Ja, das ist doch von dem blauen Mann da, von dem mit der blauen Balustrade, das ist so ein Bockmensch. Ja, Wahnsinn. Boah, fehlen mal die Schaulustigen, aber nicht so auffällig. Ja, der hat gegrillt. Ist das auf der Seite oder auf der Rückseite? Ja, da kommt doch schon die Feuerwehr. Na ja, müssen wir jetzt mal auf der Rückseite gucken. Ja, gut, ganz klar.